Mein Name ist Eduard Badeghe, ich bin der Direktor, also der Chefarzt der Klinik und Polyklinik für Innere Medizin am Universitätsspital Zürich. Allgemeine Innere Medizin, mein Fach, ist vor allem dort wichtig, wo es darum geht, komplexe Situationen zu koordinieren, hier im Spital. Eine gute und umfassende Ausbildung von Ärzten von heute ist der Garant einer qualitativ hochstehenden Medizin, ärztlicher Versorgung der Zukunft. Zu diesem Zweck hat Zurich Academy of Internal Medicine Kurs entwickelt für Assistenzarztinnen und Assistenzarzt. Die Kurs bezwecken, die Führungskompetenz von Assistenzarztinnen und Assistenzarztinnen zu fördern, sie in ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen und ihre Resilienz, also ihre Widerstandskraft, im Alltag zu stärken. Wir haben bereits während zwei Jahren einen Kurs durchführen, einen Karrierelehrgang Assistenzarztinnen und Assistenzarztinnen und Assistenzarztinnen und das dank der Lichtsteiner Stiftung. Die Lichtsteiner Stiftung hat diesen Kurs sehr wesentlich gefördert. Ohne die Lichtsteiner Stiftung wäre das innovative Projekt nicht zustande gekommen. Die Lichtsteiner Stiftung